Das Geschenk für die Tannenröse habe ich schon. Das Geschenk für den Dömmel habe ich schon. Oh, die Larissa habe ich auch schon Geschenke hier. Oh, das Geschenk der Kavlexianer habe ich nicht. Ja, was mache ich jetzt? Das Tonnenkanonenrohr, wo bekomme ich jetzt zweieinhalbtausend Geschenke her? Ja, das war jetzt eine wunderbare Idee von diesem Semihund. Zweifelchips, wieso bin ich selber nicht draufgekommen? Musik A Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey, schaut mal, was ich vorhin im Berghof gefunden habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.